Hi, ich bin die Caro. Hallo, ich bin das Simon. Und ich bin Friederike. Und wir als Geschäftsstelle der Deutschen Schulsportstiftung wünschen euch fröhliche Weihnachten. Ja, jetzt erholt euch erstmal. Vielen Dank für das tolle Jahr, was wir hatten, für den tollen Einstand, den wir hatten. Im nächsten Jahr steht ein großes Jubiläum an. Da bauen wir wieder auf euch und spätestens in Nesselwang beim Winterfinale sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.